Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, eine versteckte Funktion in Windows 10, mit der man ganz einfach MPEG-Dateien schneiden kann. Der Windows 10 Picture oder Photo Viewer, der bringt solch eine Funktion mit, was dem Nutzer ist oftmals erspart, dafür eine extra Anwendung zu installieren. Wenn Sie danach zum Beispiel bei Google suchen, dann finden Sie natürlich viele Anwendungen, die aber oftmals Adware oder andere unerwünschte Programme, Zwecksfinanzierung natürlich mit installieren. Da lohnt es sich auf jeden Fall erstmal zu schauen, ob das hier Gezeigte für die eigenen Zwecke reicht. Zur Demonstration habe ich jetzt hier mal ein Video aus der WDR Mediathek runtergeladen, in der unter anderem gezeigt wird, wie man im Winter richtig heizt und lüftet. Das ganze Video ist 30 Minuten lang, ich brauche aber nur diesen einzelnen Teil. Insoweit, ganz einfach, unter Windows 10 die Datei angewählt, mit der rechten Maustaste und dann haben wir hier im Kontextmenü Öffnen mit. Und natürlich nehmen wir nicht Filme und TV, das wird ja Sinn ergeben, nein, wir nehmen die Fotoanwendung. Also, draufgeklickt, einen Moment gewartet, bis das Video geladen ist, wird mir das Ganze hier angezeigt und ich kann hier auf Kreativoptionen für dieses Video klicken oder halt editieren. Und da haben wir unter anderem mehrere Optionen. Die erste Zuschneiden, das genau das, was ich brauche. Also, angeklickt. Und jetzt kann ich die Punkte hier unten ganz einfach an die Stellen schieben, die ich eben aus dem Video rausschneiden möchte, eben Anfangszeit und Endzeit. In meinem Fall, der Beitrag ist ganz am Anfang, also fahre ich da entsprechend hin. So, entweder hier suchen, wann das ganze Segment zu Ende ist oder einfach anschauen und dann hier eben so lange drehen, bis man hier die richtige Zeit drin hat. So, dann, wenn erledigt, hier speichern unter. Nehmen wir das jetzt einfach mal 1, 2, 3. Abspeichern. Moment warten. Schon erscheint die Datei hier, wird auch mit Thumbnail angezeigt. Insoweit, das Ganze wird auch richtig erkannt. Und wenn man sich dann zum Beispiel über die Eigenschaften die Details anschaut, dann sieht man dann hier Länge nur noch 3 Minuten 39. Das entspricht dem, was wir da gerade rausgeschnitten haben. Ist also ganz einfach. Okay.